Ich rufe die Energie des Schutzes für meinen Kanal. Und wer von euch die Energie des Schutzes möchte, darf dies jetzt auch tun. Geliebter Mensch, mit großer Freude kann ich fühlen, dass dich deine Seele heute hierher geführt hat. Und so rufe ich nun die Energie der Hohen Räte des weißen Lichters. Und sofort in diesem Moment strömt die Energie hier in diesen Raum ein und auch bei dir zu Hause in deinen Raum. Begeben sich die Lichter der Hohen Räte des weißen Lichters. Sie reichen dir ihre Hände und sie schauen dir ganz tief in deine Augen. In diesem Moment spürst du, wie die Liebe dich durchfließt. Denn es ist die Liebe aus den Smarana-Feldern, in Gottes Gedankenfeldern. Und wenn du magst, dann öffnest du nun dein Herz so weit, wie du kannst. Und lass dieses Licht in dich hineinfließen. Lasse dieses Licht von deinem Herzen in deine Seele fließen und in deinen Geist. Es ist es, das Licht der Liebe, welches direkt von Gott zu dir fließt. Und die Hohen Räte des weißen Lichters nicken mit ihren Köpfen und sie lächeln dich weiter an. Denn sie möchten dich einladen, in das Feld deiner Herkunft, deiner Ursprungsenergie einzutauchen. Um dort deine Matrix zu kräftigen, um dort deine ganze Essenz mit der ursprünglichsten Liebe und Kraft aufzubauen. Zu erneuern, um das zu erneuern, wo du mehr Kraft brauchst, wo du Unterstützung brauchst. All dies wird heute für dich geschehen. Und wenn du einverstanden bist, dann wird dich deine Seele tragen in diese Felder deiner Herkunft. Es geschieht, wie von ganz allein, über die Linien der Zeit, wirst du getragen, direkt in deine eigene persönliche Energie. Und mit einem Atemzug tauchst du nun in diese Energie hinein. Fühle die ursprünglichste Kraft der Liebe. Fühle deine eigene, ursprünglichste Kraft, deine Essenz. Denn hier, an diesem Platz, berührst du mit deiner Seele, deine Ursprungskraft. Und die Energien, die Fliesen in dich hinein, sie verbinden deine ursprüngliche Kraft mit der allgegenwärtigen Kraft. Sie erneuern, all das, was erneuert werden kann. Die Energien reparieren, die Schwachstellen in deiner Matrix, die Schwachstellen in deiner Essenz. Und so fließt die Liebe durch dich hindurch und heilt und kräftigt und trägt, wo es für dich wichtig ist. Gib dir die Erlaubnis, dass die Energien so tief wie möglich für dich wirken können. Erlaube dir, eine große Stärkung und Heilung zu empfangen. Das Feld deines Ursprungs ist dein Ankerpunkt im Universum. Dort sind deine Wurzeln. Und dort kannst du immer wieder zurückkommen und dich neu mit Energie auftanken. Denn die Aufgabe, welche du übernommen hast, um auf der Erde zu wirken, ist eine sehr große Aufgabe. Und damit du dies gut tun kannst, wird dich die geistige Welt immer unterstützen. Und so nimm noch einmal einen tiefen Atemzug aus dieser Kraft, aus deiner Ursprünglichkeit. Und spüre, wie sich diese Kraft nun in dir etabliert. Die Räte des weißen Lichtes halten dich und schützen dich. Denn es ist wichtig, dass du heute herhergekommen bist. Und sie lächeln dich wieder an mit einem wissenden Blick. Und sie sagen dir, dass sie dich so sehr lieben und dass sie immer für dich da sind. Und so trägt dich deine Seele wieder sanft und gut beschützt in das Hier und Jetzt zurück. Und wenn du wieder im Hier und Jetzt bist, darfst du dich bedanken bei den hohen Räten des weißen Lichtes für alles, was heute getan wurde. Und auch bei deiner Seele bedanken, denn du hast dir selbst ein sehr großes Geschenk gemacht. Und dann komme in deine eigenen Geschwindigkeit, so wie es sich gut fühlt, langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege deine Hände und Füße, öffne deine Augen und sei wieder ganz hier. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und nutzt die Botschaft der Räte des weißen Lichtes, um euch immer wieder aufzutanken und Kraft zu holen für das, was uns hier alles noch erwarten wird. Ich freue mich, dass ihr da wart und ich umarme euch. Ein Küsschen von mir und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020